Musik Wie kommt der Honig eigentlich ins Glas? Wer kennt sie nicht, die bunten Kisten an Wiesen, Feldern und Waldrändern mit den fleißigen Bienen, die so wichtig für uns alle sind. Wir haben den Imker Bernhard Zilonka von der Ruhrhalbinsel in Essen begleitet und wollen wissen, wie der Honig ins Glas kommt. Aber bis dahin ist noch ein weiter Weg. Zuerst muss man den Bienen eine Umgebung schaffen, in der sie sich wohlfühlen, damit sie auch fleißig sein können. Es ist Ende März, ausgesprochen warm dafür und die richtige Zeit einmal reinzuschauen. Wichtig ist beim Arbeiten, dass man wirklich nicht getrieben ist, dass man seine Werkzeuge schon bereitstehen hat. Wichtigste Werkzeug hier ist der Smoker. Man suggeriert mit dem Dampf den Bienen, dass es brennt. Sie ziehen sich zurück in ihren Stock, weil sie vielleicht vermuten, dass sie bald los müssen. Das machen sie nicht ohne Proviant zu nehmen und ziehen sich voll Honig. Wenn sie dann gut voll Honig sind, dann sind sie auch in der Regel relativ friedlich, weil solche Eingriffe schätzen sie nicht. Die wichtigsten Werkzeuge ist hier der Stockmeißel. Damit löst man die einzelnen Waben. Dann gibt es einen Bienenbesen. Damit kann man abfegen. Hier ist so ein Wabengreifer. Da kann man die Waben ganz gut mit rausholen. Und hier ist einfach ein bisschen Wasser. Wasser können die Bienen immer gebrauchen. Und wirkt auch ein bisschen gegen das Aufliegen. Löse ich jetzt mit dem Stockmeißel ganz vorsichtig die obere Ebene ab. Gebe schon mal ein kleines Rauchstößlein rein. Damit die Überraschung vielleicht nicht ganz so groß ist. Das alles mit der gebotenen Ruhe. Hier sieht man eine Wabe. Und hieran sieht man schon, dass frischer Nektar eingetragen wurde. Auch hier an diesen gelben Teilen sieht man, das ist Pollen. Hier unten ist die normale Brut. Und diese Brut, die etwas dicker ist, das ist schon Drohnenbrut. Und hier, jetzt wahrscheinlich schlecht zu sehen, sind Maden und Eier. Das heißt, das ist Bestandteil des Brutnestes, das die Königin schon hier in der oberen Zarge angelegt hat. Man sieht zum Beispiel zwischendurch immer wieder Bienen, die so gelbe Knubbel an den Beinen haben. Das sind Pollenhöschen. Sie sammeln also den Pollen. Der ist sehr eiweißhaltig. Und damit wird auch die Brut gefüttert. Schon nach diesen paar Waben lässt sich beurteilen, dass das Volk also gut durch den Winter gekommen ist. Dass es für kommende, eventuell kühlere Tage genügend Futter hat. Und dass das Brutnest so ist, dass die Königin vielleicht schon im Februar angefangen hat, wieder in Brut zu gehen. Die Bienen haben die Blütezeit genutzt, um Nektar zu sammeln. Der Imker hat bereits in den Morgenstunden die Honigwarmen zur weiteren Verarbeitung eingesammelt. Das ist also eine ausgebaute Wabe, wo sich Honigtrend verbirgt. Die Bienen sammeln Nektar und lagern diesen Nektar hier in diesen kleinen Zellen ein. Aber sie holen ihn auch immer wieder raus und trocknen diesen Nektar. Und wenn aus Nektar Honig geworden ist und die Bienen den für gut finden, dann wird dieses kleine Schatzkästchen mit einer ganz feinen kleinen Wachsschicht überlagert. Und dann weiß der Imker auch, dass der Honig hier jetzt gut ist. Gut heißt, ein Wassergehalt von 18% und weniger hat, dann ist es gut. Je weniger, desto qualitativ hochwertiger. Was meine charmante Assistentin hier macht, ist, sie holt diese kleinen Wachsverdeckelungen aus diesen Schatzkisschen, wo die Bienen den Honig gelagert haben. Die werden mit so einer Entdeckelungsgabel vorsichtig von der Zelle runtergehoben. Ich stelle jetzt diese Rähmchen hier in diese Schleuder. Das ist eine Vier-Waben-Schleuder. Das heißt, man kann jetzt bis zu vier Waben, die entdeckt sind und wo der Honig reif ist, hier reinstellen. Schleudern müssen aus Edelstahl sein. Ich fange jetzt an, hier diese Trommel etwas in Bewegung zu setzen, dass es schön rotiert, aber auch nicht zu dolle, weil wir wollen ja nicht, dass die Waben kaputt gehen. Der Imker setzt die Waben nochmal ein. Und dann sieht man hier an der Seite, wie der Honig schon aus den Waben rauskommt und da rein spritzt. Jetzt ist natürlich so eine Wabe von beiden Seiten mit Honig gefüllt. Das heißt, wenn man so rotiert, dann drückt die schwere Seite so nach vorne. Und dann kann die Wabe zerbrechen. Deshalb macht man das so, dass man in einem frühen Stadion anhält. Hier sieht man schon, dass die Löcher leer sind. Wendet man diese Wabe und stellt die dann nochmal da rein. Und ihr seht schon vorne, der Honig, der gerade an die Wand gespritzt ist, der kommt jetzt schon vermehrt vorne raus. Und wenn der Honig ganz rein ist, dann impfen wir den gerne mit ein bisschen kristallisiertem Rapshonig. Das machen wir deshalb, weil der Rapshonig ein Kristallgitter hat, was relativ klein ist. Er kriegt ja schon so eine Struktur vorgegeben und bildet dieses Kristallgitter nach. Und der wird jetzt von uns jeden Tag gerührt, bis so eine perlmutartige Farbe da so aufkommt. Dann machen wir Deckel drauf und machen nichts mehr. Dann kristallisiert er so gleichmäßig durch. Jetzt kommt einer der erfüllendsten Momente für den Imker. Eine Art Erntedankfest, was die Bienen alles an Honig gegeben haben, der nun abgefüllt wird. In diesem Jahr ist der Honig von hoher Qualität, weil er relativ wenig Wasser enthält. Er ist schnell kristallisiert. Und jetzt hatte ich ihn eine Nacht im Wärmeschrank. Das heißt, gestern noch war es so, dass man den Topf ruhig hätte zur Seite legen können, ohne Deckel. Es wäre nichts rausgeflossen. Heute soll es so sein, dass er eben im Wärmeschrank ganz vorsichtig eine Nacht auf 33 Grad erhitzt wurde. Konstant auf 33 Grad, sodass ich mir erhoffe, dass ich ihn jetzt rühren kann. Damit kristalle zerschlage und den Honig gut abfüllen kann und er eben dann bis zum Verzehr schön cremig bleibt. Der Honig, wie man sieht, ist dieses Jahr wunderbar hell und enthält ganz viel der Obstblüte. Er ist wunderbar cremig und zum Abfüllen bereit. Der Honig, wie man sieht, ist das Jahrhunderte, dass er nicht so ist. Lass uns den Honig und die Arbeit der Bienen wertschätzen. Sie brauchen Lebensraum, damit sie weiterhin ihre Bestäubungsleistung uns Menschen geben können. Wir Menschen brauchen die Bienen und Honig ist ein ganz natürliches Lebensmittel. Es entsteht nahezu kein Abfall. Nachhaltiger geht es eigentlich nicht, wenn der Honig ungemischt von Imkern aus der Region kommt. Das ist ein ganz natürliches Lebensmittel.